hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom eurotruck simulator 2 wir sind hier kurz vor duisburg mit unserer ladung wir haben noch 27 minuten fahrtzeit das sind nicht viel das ging schneller als ich dachte ich dachte wir hätten jetzt noch zwei stunden fahrzeit oder so das hätte ich ja fast noch in die nächste letzte folge rein nehmen können aber ja zu spät müssen wir noch mal gucken was wir diese folge noch machen können wobei ich nehme wahrscheinlich einen auftrag an weil ich hab urlaub das heißt ich kann dann am montag oder dienstag noch weitere folgen aufnehmen weil ich bin auch mal zwischendrin weg und dann bietet sich natürlich an wenn ich dann schon was vor produziert habe so dass ich da dann ups wir rollen ja so dass ihr dann auch da dann noch die videos seht und deswegen kann ich da dann auch einfach tatsächlich mal ja nachher noch eine längere fahrt annehmen so dass wir dann auch mal was weiter wieder weg fahren können muss man gucken ob in norden oder noch spanien 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 gibt es nicht also schon aber nicht als map hier oder nur ganz wenig als map in in euro truck simulator wir müssen hier gleich abbiegen das ist gut 50 dürfen wir das immer bisschen zu schnell mal wieder da fahren wir lieber im zweiten gang an weil wir haben doch 28 tonnen hinten an ladung und ich sehe wir können die spedition hier kaufen sehr schön das werden wir natürlich auf jeden fall machen sehr sehr schön und wir brauchen nicht mal groß weit fahren sondern sind quasi direkt gegenüber perfekt das ist ja mal richtig perfekt das müssen wir aber erstmal ganz perfekt hier einparken so wo gehen wir denn hin das machen wir ok konnte man sonst auch schon mit dem schwertransport haben wir glaube ich noch nicht oder ging das mit denen schon ich weiß es gerade gar nicht doch ging schon doch doch ja ja ich erinnere mich ich erinnere mich ich erinnere mich so dann wollen wir mal zurücksetzen natürlich ein bisschen ungewohnt weil der anhänger anders mit lenkt das ein mittel lenkt ist völlig ungewohnt aber wir kriegen es glaube ich hin jawohl auf den ersten versuch fast perfekt eingeparkt machen wir mal das bieb bieb weg so abkoppeln ich hoffe wir verdienen genug doch sieht gut aus so fortfahren könig der straße sind wir sehr gut ähm wir sollten die handbremse lösen so haben wir genug geld wir haben genug geld äh dann gehen wir mal shoppen weil direkt gegenüber von uns ist wieder eine Spedition eine Garage die wir kaufen können und natürlich jetzt auch kaufen werden weil das ist ja eins unserer ziele Speditionen zu kaufen so aber sowas von direkt gegenüber so einer großen Fabrik ist natürlich auch nicht falsch ne man du es ruck hier hat eh recht viel Industrie wie wir hier gerade sehen äh kein Fehler so und ich würde sagen wir gehen auch opsa auch wenn wir jetzt nicht wirklich äh wenig geschlafen haben oder wir haben noch einige Zeit aber ich würde jetzt gerade noch mal wieder Päuschen machen äh weil wir dann jetzt einmal wieder deutlich mehr Geld zur Verfügung haben ähm bieb bieb was auch immer das bedeutet so was haben wir denn an Aufträgen wir könnten nach Polen fahren nach Estland Lettland wir könnten nach Brest da waren wir glaube ich auch noch nicht ne Frankreich Polen Litauen oder Spanien Barcelona was gibt denn ordentlich Geld das sind 67 66 da würde ich fast den nach Brest nehmen ehrlich gesagt der sieht ganz interessant aus und da wie gesagt in dem Eck war man glaube ich noch nicht das heißt wir hätten mal wieder neue Strecken zu befahren 14 Stunden Fahrzeit ja machen wir so wo müssen wir denn hin mit viel Glück nur wieder gerade in die Firma gegenüber ne müssen wir aber nicht es regnet es regnet es ist auch gar nicht so verkehrt wenn die Fahrzeit mal wieder ein bisschen länger ist aber wir müssen jetzt erstmal wieder Geld verdienen da ist frei genug sogar der hinter uns biegt noch mit ab reparieren müssen wir nicht oder 3% ne das geht noch ah ja da bei TNT holen wir ab müssen wir abbiegen geradeaus können wir nämlich nicht weiterfahren und da vorne geht's rein gut blink 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 ja ich habe mich extra ausgemacht da hat sich auch nicht von alleine abgeschaltet ups fast vorbei gerauscht so auftrag annehmen der da ist es okay dann nehmen wir den doch oh oh wow passt hatte ich jetzt nicht mit gerechnet ehrlich gesagt so es geht auf große Fahrt Farbkombi ist ein bisschen ja ne geht schöner aber hauptsache wir liefern ab und wir liefern heiler ab müssen wir gleich mal gucken was wir eigentlich geladen haben aber erstmal halbwegs auf die Strecke kommen oder gehen wir doch gerade noch reparieren wäre vielleicht kein fehler dann haben wir es durch und hier haben wir ja mit dem Anhänger können wir gut drehen so machen wir einfach einmal reparieren gerade kostet auch nicht so viel und wir sind bestens wieder gerüstet ja das ist noch ein TNT Anhänger da ist frei da fahren wir doch wo ist mein Schaltpaddel da und wir haben grün das ist ja perfekt so 50 dürfen wir da könnte man drehen das ist ja geschickt müssen wir nur nicht versuchen wir mal das Tempo zu halten so ich bin mal gespannt Brez da waren wir noch nicht müsste ich jedenfalls nicht sagen dass man so vielleicht wisst ihr ja anderes oder wir sehen es ja wenn wir dort sind ob wir schon mal dort waren oder nicht aber so wirklich erinnern kann ich mich nicht dran aber ja wir sind schon viele Ziele angefahren hier muss ich gar nicht abbiegen die nächste erst das haben wir jetzt knapp über 370 Folgen glaube ich wenn ich mich nicht ganz vertue da haben wir schon einiges angesteuert und schon einiges an Kilometern zurückgelegt allein mit diesem haben wir schon 17.000 Kilometer jetzt gefahren das haben wir eigentlich geladen das wollte ich ja schon geguckt haben Fahrzeit noch 14 Stunden medizinische Ausrüstung 5 Tonnen das ist ja fast nichts sehr schön Pause machen müssen wir zwischendrin auf jeden Fall noch die Zeit haben wir aber auch sehr gut das heißt wir sollten wenn wir wieder zurück in Deutschland sind auch wieder eine Spedition kaufen können und oder ein LKW für einen neuen Fahrer oder Fahrerin mal gucken Schauen wir mal Frankfurt am Main Köln Leverkusen wir fahren einfach geradeaus weiter auf der A3 sind wir glaube ich oder wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das DA3 sein und wir sind mal wieder zu schnell Entschuldigung fürs Ausbremsen war keine Absicht da kommen wir wieder rechts rüber passt 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 ja da werde ich denke ich dann Montag oder Dienstag also heute ist der Sonntag wo ich aufnehme nochmal ein paar weitere Folgen aufnehmen dass ich den Eurotruck Simulator auch noch ein bisschen vorproduziere weil ich an dem einen oder anderen Wochenende dann auch zumindest sonntags mal auch unterwegs bin ähm oh was macht der denn da nicht gut da hat es gerumst so wie es aussieht oder eine Panne äh ja wie gesagt auch den einen oder anderen Sonntag mal unterwegs bin und dann nicht so direkt dazu komme und deswegen können wir dann einfach mal ein bisschen vorproduzieren da kann ich so dass ihr auch schön eure Folgen sehen könnt und wir hier auch nicht Gefahr laufen ähm unseren Auftrag zu verlieren bevor wir angekommen sind es wäre schade drum deswegen schauen wir mal wie weit wir kommen dreispurig das passt auf der A4 okay da geht es über den Rhein wenn ich das richtig sehe es müsste dann eine der Rheinbrücken sein vielleicht ist es auch vielleicht steht da auch irgendwo ein Schild das wäre natürlich super und jawoll es ist der Rhein sehr schön ist dann immer noch so Kindheitserinnerungen wenn es über den Rhein geht man über die A4 bin sind wir seltener gefahren meistens über die A1 Richtung Norddeutschland hoch dann und da geht es ja über die Leverkusener Rheinbrücke die ja auch immer mehr zerfällt ich glaube inzwischen dürfen nur noch Fahrzeuge bis knapp über 2 Tonnen oder so drüber fahren wenn ich es richtig weiß alle anderen werden rausgeschickt und auch rigoros rausgeschickt vorher gab es dann nur quasi Blitzer und es hat dann halt viele LKW-Fahrer nicht interessiert und sind trotzdem drüber gefahren entweder weil sie aus dem Ausland kamen und eh keine Strafverfolgung zu befürchten hatten oder aber weil es billiger war da drüber zu fahren ich weiß es nicht ja das hat der Brücke natürlich nicht gut getan also sie ging dann schneller kaputt als wie sie repariert werden konnte woraufhin dann irgendwie so eine Art Schranken-System da installiert wurde ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen seitdem das dort ist welches halt die die LKW oder schwereren Fahrzeuge dann ausleitet es ist traurig dass es so weit kommen musste dass die Brücke so sehr zerfallen musste oder zerfallen ist ich weiß gar nicht ob es schon Neubauplanungen gibt oder ob sich das jetzt auch noch mal wieder zig Jahre hin streckt da ist immer so ein bisschen traurig da wird sich um irgendwelche Asylzentren und sonstiges gestritten aber gegen den Zerfall der Infrastruktur hier in Deutschland Schulen, Straßen, Brücken tut man einfach nichts oder nicht viel es wird einfach billigend hingenommen wird ausgesessen und ja die Nachfolgegeneration an Politikern hat dann ein echtes Problem gleicher Reitbandausbau wird langsam aber sicher besser mit den Förderungen aber der richtige Hit ist es noch nicht und dann kommt natürlich noch dazu dass es dann oftmals irgendwelche Neuland Stadträte oder Gemeinderäte hat die Internet für unnützes Zeug oder Glasfaser Internet für unnützes Zeug halten weil sie selber nicht viel mehr machen als E-Mails abrufen wir könnten übrigens 90 fahren und da reicht natürlich theoretisch ein Modem aber zu sehen dass gerade auf dem Dorf wo eh nicht mehr viel ist die einzige Möglichkeit ist junge Leute zu halten oder wieder herzulocken funktionierendes Internet ist geht bei denen irgendwie völlig vorbei und das finde ich schade ehrlich gesagt und wie ich sehe ist die Zeit schon wieder um ich muss gerade mal gucken ob es hier einen Parkplatz in nächster Nähe gibt nein tut es nicht fahren wir noch bis zu dem Rastplatz da hinten oder machen wir hier einen Cut das ist jetzt die große Frage ich glaube ich mache hier einen Cut und fahre hier mal einfach rechts ran so ja und damit sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn wir unsere Fahrt hier im Regen fortsetzen in diesem Sinne Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal oh wars ева